Theoretisch bin ich ja so ein bisschen in die Knie gekommen. Boah, siehst du scheiße aus. Hä? Das hat was. Ich wollte auf jeden Fall halt hier noch mit für den Fall, dass ich's nochmal spielen möchte. Du siehst aus wie im Zyklop. Wie irgendwie ähm Zyklop aus der Antike. Ja. Und dann lass ich gerne wegen aus der Monster AG. Weil ich da so kleinen Körper hatte. Stimmt. So, das war jetzt noch. Jetzt gebe ich hier noch den Blow-Up. Ah ne, ich habe keine Waffe. Okay, ganz ehrlich, das hat jetzt auch mal wirklich schon mit Verletzung zu tun. Ich muss unbedingt den Kerl da unten noch so lange spielen, wenn ich jetzt eine Bombe kriege. Weil ohne Bombe ist Kacke. Hä? Ja, ja. Believe you me. Wieso willst du eine Bombe? Weil Bomben wichtig sind. Hilfe! Kill me! Ja, dann war schon fertig. Jetzt liegst du doch in die Luft. Ich habe ja 3 bekommen, ich brauch nur eine. Kill me! Halbs Herz wollte ich. Scheiße, halb will ich nicht. Kill me! Ich bin doch nicht fertig. Wow! Fass mir mal zusammen, was habe ich? Ich habe Speed-Up, ich habe Half-Up. Ich habe einen Haufen Kohle, ich habe 3 Schüsse und eine Bombe. Was davon ist wichtig? Äh, Speed-Up. Deine eigene Aussage, damit habe ich deinen Demon-Fluch begut. Nein. Ich schaff den Mann. Und dann wirst du für alle Zeit schweigen müssen. Der Demon kriegt dich. Nicht? Nicht heute! Alter! Der Demon! War das da? Ja, ja. Komm dich! Ich mein's volle Ernte. Okay. Es ist kein Zufall, dass du da so hinten gegläscht wurdest. Nein, weil... Bei... 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 Ähm... Why not some chocolate? Wie lange muss ich noch ein Spiel für 6 Puts daraus machen? 1 Stunde 40 1 Stunde hab ich jetzt schon Ich habe von der Länge her, würde ich mal so sagen, die Hälfte vom Spiel Weil die härtesten Floors sind ja natürlich länger Und eine Arcade kann sowieso das gesamte Bild verlichten Auf alle Zahlen Funfake, ich wünschte dieser Floor wäre... Da war der Hit Ich wollte gerade etwas sagen Aber wurde sie auch schon getroffen Jaja, das ist das Ich wünschte dieser One wäre No Hit bis jetzt gewesen Auf dem Floor, weil... Dann hätte ich dich verflucht Wieso? Weil ich so lange dafür gebraucht hab Ja, vielleicht sollte ich... Mu ha 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 Do you mock me? Ein wenig Das macht auch nöööö Ich brauch noch ne Bombe Das ist kein Spaß jetzt Ich war ja tot ernst Nur ne Bombe Weil ich da keine mehr hab Sieh auch die Kopfhäucher aus. Alter, da spielt er nur Herzen aus, fick dich. Ich krieg gleich nen Dollar und dann kommt noch ne Arcade, die sät echt kommen. Ne Pille! Ja, klar. Ich bin's dran. Weißt du, was das Witzigste ist? Mir wird ja oft die Schnelligkeit zum Verhängnis Nur jetzt prinzipiell Du bist schnell Du kommst laut, wirst langsamer Und Maschum, langsamer Bist nun darauf erpischt, immer schneller zu werden Und wenn jetzt die Geschwindigkeit dein Verhängnis wird Dann hat alles mit Lard angefangen Ich will nur sagen, dass Also die Geschwindigkeit ist noch nicht so schlimm Ich bin gerade mal so schnell wie ich vorlag war Ja, du hast ja zum Glück Roidrage abgelehnt Ja Das Wichtigste, was du hättest tun können Nein, leck mich Nee, ich meine die Sockmaschine Ja, und ich meine dich Mal 35 Minuten, ha? Du hast meine Sprache So viel zu flüchen Du weißt, wie ich vorher Diven Judgment zweimal Curse of the Lab went hatte Ja, du hast ja auch schon verflogen Achso, natürlich Weil Diven Judgment im voraus wusste ich Dass du ihn spielst Deswegen ignoriere ich ihn immer Dann kann mir niemals sagen Ey, du Arsch Weil immer, wenn ich ihn gespielt habe Ich hatte nie Glück Immer Entweder hat er mir gar nichts gegeben Das ist oft genug passiert Oder Oder Der hat mir Hat mir Scheiß Wirklich Keine Ahnung Münzen gegeben Und es hat abgehauen Oder so ein Scheiß Nur schlechte Sachen Noch nie Glück mit dem Drecksack Ja Autsch Das war nicht wegen dem Spiel Das war weil ich blöd bin Das war wegen dem Fluch Natürlich Pass auf Das war wegen dem Fluch Curse of the Black Baby Library? Jetzt? Book of Revelations Da muss ja halt jemanden gerätet Fluch Book of Seven Sins Und Book of Anarchy Nee, du meinst anarchistisches Kochbuch? Nee, das kriege ich schon nicht Oh, noch eine unbekannte Pille Anarchy So, los Überraschung Oh, die Oh, fuck Ich hab schon wieder gesiegt Du kannst es mich entscheiden Doch, Schaden hast du Aber wenn wir schon dabei sind Einmal Persönlich Ich stehe ja total auf Das Auf das Book of Belight Da stehe ich total drauf Das ist total geil, ja Ja, aber Hol ich mir auch lieber Als der Book of Revelations Aber Eigentlich schon Das ist ja jedem Ding sein Normalerweise würde ich es auch holen Bloß das Problem ist Ich schüsse schon so langsam Und hab eigentlich genug Schaden Anarchy Ja genau, das Buch Ja genau, das Buch hätt ich als allererstes Rückgut Jetzt alle Wesen Ja Camp Anarchy Ist ein Camp Welches ich gerne mal besuchen möchte Weil dort Anarchy herrscht Ich bin eigentlich gar nicht so der anarchistische Typ Ich spiel's aber bei der Schaden Ja da geht's ja hier um die Unruhen aufzuhalten Achso Ja Und die Anarchistische zu beenden Aber du spielst in einer Welt aus Anarchisten Ja Aber gegen Am Arsch Gegen Arsch Das spiel Anarchy Sehr gut Anakin Skywalker Nee Das kann ich jetzt machen Jetzt traust du dich nicht mehr Nee Dann bist du schnell Ja Dann ist genau der eine Punkt Wo ich sage Nee Leute Anarchy Ich hab schon wieder ein Half-Up Ich hab ein rotes Leben Auf dem kompletten Bild schon Das ist gut Anarchy Anakin I'm your father I'm your father I'm your Vader Ich finde Dein Laptop ist Arschbaum Ich glaube der hat heute echt Meisterleistung betrieben Ja Vor allem weil ich den Wann soll In dem Ziel Arschloch Geht ihm schon gut auf Der ist jetzt wieder eine Stunde Am Aufnehmen Wann soll ich das denn alles machen Anarchy Du hast gesagt Das wird kein Satz Das geht ja Wir haben ja vorhin ja auch Anderthalb Stunden Nee Eine und dreiviertel Stunde Kastgräschers aufgenommen Ja klar Deswegen Wir befähigen uns Das ist ein gefährlicher Beweis Was soll ich zu sagen Nö Gefährlich ist das falsche Wort Er hat viel geleistet Mein PC stört sich nicht ab Das einzige was passieren könnte Ist das Binding of Isaac sich irgendwann wehrt zu laufen Was wäre schade wert Das war sehr riskant Aber du hast es getan Das ist gut Noch ein bisschen Anarchy Boah wie lang geht der scheiß Flo denn noch Anarchy Ich komme soweit Das ist schön Anarchy Oder runter Runter Hoch Okay Ähm Nein Ich bin etwas Etwas Genervt Genervt von mir Ja Warum Ich mach doch so schnell wie geht Ja Also jetzt Vorher nicht Aber jetzt Gut Ich meine Ich sehe ja nichts Dafür kann ich nichts Aha Also du gibst jetzt doch alles auf den Fluch Nein Energie Ich werde trotzdem Fluches Irgendwann hier schaffen Oh das ist ein böses Omen Oh ja War ganz grauenvoll Ja Es ist ja auch nur ein Omen Sag ich nicht Dass es dein Ende ist Anarchy Ja Anarchy Ich laufe in den Schaden War ohne Schaden zu mir kommen lassen Anarchy 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 Du näerst Anarchy Timmy das Kamel Ich werde ihn nie vergessen Aber ich habe den Slogan vergessen Oh 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 Jetzt kommt Cube of Anarchy Der Tag der Veränderung Mein Book of the Man Was ist dieser Mark Mark Ja Mark Wo ist der Boss Ich sage oben Ich würde auch oben sagen Das andere oben Achso Du meinst oben links Ja Das würde Sinn machen Ich meine Eigentlich macht hier jede Endung Sinn Aber Wenn man ein paar Mal gespielt hat Hat man so seine typischen Verdächtung Ja Ähm Ähm Hättest du was dagegen Wenn ich jetzt schon die Fragerunde mache Weil der Studio sonst lange wird Ja gerne noch mal weiter Also erstmal Ähm Hast du es jemals bereut Binding of Isaac zu kaufen Ähm Dr. Lamp für ungefähr 10 Euro Das ist ja Ja Für den Spielen halt Der geboten wird Und das dazu gehören Über 100 Items Wie viele sind jetzt Oh Viel zu viele Ich habe gesagt Ich kenne die Bedeutung aller Items Ich weiß nicht wie viele es sind Äh Dann Das unzählige von Gegnern Ja Die auch Eigentlich alle recht geil sind Äh Immer zufällige Aus Also zufällige Enden Und Spielspaß von Also ich habe Hier locker Ähm Oh Gott So einige Tage Habe ich hier mit dem Spiel Schon verbracht Also Ähm Schon ganz schön lang Mhm Auf jeden Fall Und da ist der Eifel jetzt Fan mit einbegriffen Was ein Raum Nein 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 Das ist ähm Echt witzig Fuck Dann Äh Nächste Frage Ähm Warum Meine Frage Warum habe ich den Tick aufgehoben Weil du es mir gesagt hast Das ist nicht der Fluch des Demon Babys Das ist der fucking Fluch Auf Eddie Winkel Mann Fuck Ich bin das Demon Baby Sagst du Ja so schlecht ist der Tick Und ich sehe die Tick Denkt mir Oh ja Könnte ja hilfreich sein Die Tick ist ja auch nicht schlecht Ein Raum später Kommt Cancer Das kannst du nicht sagen Der Tick ist nicht schlecht Aber nicht Cancer Egal wie Der Tick ist ja auch Trotzdem nicht schlecht Nein aber nicht Cancer Ja Der Tick ist nicht die Cancer Das ist mir klar Das schreibt man nämlich ganz anders C A N C E R Ist Cancer Und T I C K Ist Tick Oder ist C Gleich Nächste Frage Ja Wenn du an die die das Video hier sehen Etwas Also Einen Satz sagen möchtest Der das Spiel Den das Spiel betrifft Tipp oder Wie das Spiel ist Was würdest du sagen Sucht machen Dieses Spiel ist relativ egal Auf was für Spiel man steht Mein Bruder steht zum Beispiel Eher auf Plattformen Und ich eher so auf RPGs Worauf stehe ich? Plattformen Ach Plattformen Ich hab Egal Egal Ist egal Nur aus Megaman halt Ja Du spielst viel verschiedenes Ja ich sag jetzt einfach mal Auf Megaman und so Ich hab mir Justice bestellt Achso Wollte ich nur mal sagen Kratzt Hab ich mir gestern bestellt Cool Ähm Ja Und Ich bin halt eher so RPGs Final Fantasy Hab ich ganz viel Und bla 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 Genau muss man halt nicht Unterlieben Trotzdem finde ich Dass das Spiel Relativ egal Was man so eigentlich In seine Favoritgesparte steckt Äh So ziemlich jeden dazu bringt Es immer und immer Immer und immer Und immer Und immer wieder zu spielen Und deswegen ist glaube ich Die beste Bestreitung Einfach nur süchtig machend Wobei ich äh Sagen muss Für Leute die schwache Nerven haben Vorsicht Denn relativ egal Wie gut euer PC ist Isaac wird nie 100% Flüssig schlafen Äh Ne wirklich nicht Es wurde mittlerweile herausgefunden Ähm Also klar Da haben wir dann Dein stärksten PC getestet Aber wenn du Einen guten PC So um die 2.000-3.000 Euro hast Äh Der schafft es nicht Weil Java einfach so abfand Dafür kann das Spiel nix Dafür kann kein Dein PC nix Das ist Java Da kannst du auch nix gegen machen Nicht wirklich Das war mehr als ein Satz Entschuldigung Ähm Dann Oh vielleicht noch eine Frage Ähm Gut dass dir die Frage einfallen Ja das ist ja wie gesagt Das ist alles spontan Ähm Ähm Und dann wirst du sterb Wo wirst du sterb? Das Demon Bane Nein das war nicht die Frage Okay Das war nur Äh Lückenfüller Ähm Könnte ich noch fragen Ähm Also wir haben ja ausgefunden Du bist ein riesen Fan von dem Spiel Ich ja auch Das Spiel ist ja auch geil Und das Ich finde es ja wirklich gut Es kommt nur was anderes bei rum Das Spiel da ist nichts festes Es ist Das Stück Es ist nicht vorhersehbar Egal wie Der Spielverlauf ist immer ein anderes Hast du bei Legend of Zelda nicht Ja Du kannst vielleicht mal ein Meisterschwert Mehr abgreifen Oder ein Herzcontainer mehr Aber du hast immer The Legend of Zelda Starbill 1.5 Ähm Das ist Das Spiel ist Ton Ja Es ist Ton Und äh Nicht nur du bewegst es Sondern auch die Drehplatte Nein Auf der es steht Alter Ich bin hier nicht Für Philosophie-Kurs Bitte Ich schon Ich Philosophie gerne Ja ich auch Aber nicht während ich spiele Auf jeden Fall Ähm Mache ich sechs Partner Entschuldigung Was musst du raus Letzte Frage Oh schon Oh verdammt Brauch ich sagen Ja Bitte was Ich brauche ja nichts zu spielen Wenn dir jetzt schon die Fragen ausgeht Nein Ich wollte nur drei stellen Achso okay Ähm Du sagst selber Und das kann ich nämlich niemanden anderen fragen Ich sei besser als du Ja Mit großem Abstand Würdest du Die genauen Unterschiede Zwischen dir und mir erläutern Ja ich bin klüger als du Zumindest was die Ingame Mechaniken angeht Und so Aber du spielst einfach besser Das hat mit Reaktionszeit zu tun Das hat mit Pattern auswendig zu tun Das hat mit viel zu tun Du spielst einfach besser Du spielst einfach das bessere Spiel Und deswegen bist du auch letztendlich Bisschen besser als ich Eindeutig Da habt ihr's hier Streber Ja Lern ist nicht alles Wuhu Wuhu Oh wie schlimmst du das Hätte lernen müssen Dann könnte ich mir wirklich Was drauf einbilden